Musik Puh, ich treff dein Arm, ich treff dein Arm und... Ah, du Arsch, jetzt bewegst du dich. Ah ja, komm her. Ey, du hast ihn kaputt gemacht. Natürlich hab ich ihn kaputt gemacht. Von da rechts, von da rechts. Das sind voll viele, hey. Gut, dass du da wohl, wenn du sechs Schuss hast, hey. Was hast du denn gedacht, hey? Spy, hundert Schuss, unendlich. Hitman-Level. Hitman. Alter, ich mach voll viel Damage, wie mit einem A-Kampf, hey. Also mit einem, ja. Oh yeah, weiße Waffen. Die ich nicht einhalten kann, doch. Oh yeah, oh yeah. Dann mach ich sie halt mit. Oh Gott, du sollst gucken? Ich auch, wo wir lang müssen. Nein, das nicht. Ach, da oben? Ja, da oben. Oh, ne Müll, ne Müll, Müll, oh. Oh, und der Müll ist nix drin. Nein, ich will den Müll rumspringen. Oh man, das ist nicht so mein Ding, hey. Ich wollte animieren, aber es hat hier wenig geklappt, hey. Nee. Das ist wie damals, Kevin. Von irgendwo schießt noch wer. Ach da, von der Brücke aus. Ach, da hat der schon wieder. Ja, schön tot. Richtig schön tot. So. Hier sind wir aber falsch, oder? Ne, hier müssen wir schon lang. Naja, der irgendwie.. Muss ma da runter halt. Eigentlich müssen wir da runter, ja. Hier kann man doch runterspringen einfach. Oh Gott, das ist n' der Gegner. Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatahatatatataatatatatatatatatau- Ok, wir ist da gleich tot, ok, wenn ist da gleich tot? Ok, wenn ist da ist tot? Naja man, ich bin runtergefallen. Oh man, is' ist hart. Die Gegner waren zu hart für mich Ja, das ist nicht blöd Kommst du wieder auf die Beine oder muss ich runterspringen zu dir? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich es schaffen Du bist wiederbelebt! Ich versuche dir Deckung zu geben von hier oben Wiederbelebt! Oh, ich bin... Nee, du hast mich wiederbelebt hier wird Ja Oh Gott, der kleine Zwerg hier Stirb! 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 Äh, Dennis Stirb! Da hinter dir war noch ein Schläger, ne? Das ist dir schon unklar Ach, der, der, der... Oh Gott Ich werde beschossen! Oh Gott, der kleine Sch-sch-sch-sch-sch Durch diesen Raketen wäre vorausgekommen Ist die Luft rein? Oh Gott, nein Nein, sie ist nicht da oben, sie ist der mit dem Geschütz Oh Gott Ja, der ist da oben Fuck, 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 fuck Schnell, Medikit Schlucken, Medikit Schlucken, Medikit Oh Gott, ja, ich... Ich glaube, ich hab's Du hast hinter dir Ja Oh, ich mach das voll den Lackschert, ey, ne Gleich Jetzt ist nichts tot, oder? Ja Oh, cool Ich bin auch tot Musst du das für 3000 Dollar bezahlen? Ja, äh... Es ist voll, es ist voll, voll überteuert, ey Oh Gott Da kommt noch ein Schläger raus, einfach so Die zocken uns hier voll ab mit den... ...den, mit den Krankenkosten, ey Naja, klar Hier geht's nicht so sonst Ne, ne So, irgendwie rum ist das jetzt So, irgendwie rum ist das jetzt Toll, das sind noch voll viele Ok Mhm hin Lolo toll denn es danke da was passiert ich bin das auch schon zweckers Prozent das ist das ist das Ziel er hat Nussbott auf meine Schokolade gekriegt ich habe hier klar wenn er das wurde gekriegt m mit dem ist nichts passiert und diese voller beieinander und er muss sich nicht du bist weg und ganz schnell und schützt das sie geburt gemacht er schubt gemacht krebs wird es irgendwo zu finden müssen da oben irgendwo da oben hochrennen er hat Wuuuuiiii! Also wieder außer rum? Kann man da nicht hier zurücklaufen? Ich wills doch offen, oder? Ja, ach stimmt, das Tor ist ja offen. Ach ja, stimmt, das Tor ist ja offen. Die Garten sind offen, man. Oder? Die Garten sind offen. Oder vielleicht nicht. Man kommt halt nicht wirklich rüber. Das ist... Was ist das? Ja, äh... Ja, ne? Ich geh mal hier lang einfach. Lalalala... 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 Oh Gott! Was war das denn, ey? Was ist passiert? Was ist passiert? Kalil, wo bist du denn? Ich bin da, wo wir hin müssen. Nein, bin ich nicht. Scheiß, wo bin ich denn, ey? Alter, am Arsch der Welt. Alter, hinten sind wir... Oh Gott, am Arsch der Welt bin ich. Alter... Oh, ich bin hier runtergefallen. Mr. Tiwumka, Überlebenskünstler, Level 19. Ja, so siehts aus. Ich hab echt voll überliebt hier, hey. Ja, ich bin Orientierungskünstler. Ich bin sozusagen Bear Grylls, hey. Ja, voll. Deswegen verirrst du dich auch. Ja. Ja. Du bist so hart Bear Grylls, das gibt's gar nicht mehr. Ja, Mann. Ich hab noch nie so einen harten Bear Grylls nachmacher gesehen. Alter, Vollgas, ne? Das ist... Ich kann damit auf Tour gehen. Ja. Und auf Halloween. Ja, klar. Und auf Halloween. Nice. Okay. 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 Oh. Oh. Bist du jetzt grad schnell... Nein. Ah, die Pipeline wird zerstört. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Explosionen, Explosionen. So. Wir können gehen. Hä. The job is done. Sei, Rutsche. Lalalalalala. Ach, ich spiel keinen Tomb Raider. Ach, Mensch. Das ist ja blöd. Das ist doch schon blöd, ne? So ein bisschen. Total. Schon ein bisschen blöd. Das ist ja blöd. Ich vergesse, dass du denn gerade geöffnet hast. Okay. Was, ich? Ja. Ja. Es geht. Es geht. Es geht. Es wird verkauft. Verkuffen. Oh, ja. Verkuffen, hey. Ich hab volle Muni, wie ich das denn geschafft hab, ey. Hm. Ich weiß auch nicht, warum ich so die ganze Zeit volle, volle Muni hab. Voll klasse. Ja gut, wir haben hier noch nicht so viel gebraucht, ne? Ja, aber ein bisschen haben wir schon verschossen und ich war immer voll. Vaporisieren. Ich vaporisiere dich. Du vaporisierst gerade? Ja, Mann. Okay. Alles klar. Ken ich mich aus. Komm, vaporisieren uns alle nach zurück. Okay. Nein, ich mach das. Ich vaporisiere. Okay, ich schau dich an. Aber ich wollte dich anschauen, ich wollte dich dabei anschauen. Aber nein. Funktionieren wir nicht, ne? Niemand schaut mit mir aus. Nein, war polisieren, ne? Nein, sonst wird mir nicht. Keinmer polisieren, bitte. Keinmer polisieren, bitte. Nichts werden meine Schicht. Der Suppen. Mann. Nein, nein, nicht, nicht Mann. Nazi. Ja, genau. Der war polisieren, Nazi. Der war polisieren, Nazi. Keinmer polisieren, bitte. Keinmer polisieren, bitte. ich und er ist doch und es ist wir aufs gute schienig blöd kommen es ist das Leben das ist wie zur zu erheizungs ich glaube ja warum lässt mich achso habt ihr beide seid ihr beide in einem Auto ja nein wir haben beide genommen und sind weggefahren ja und ich dachte oh man was ist dem Fahrzeug generieren hier bla 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 oh man weißt du ich dachte ich kann wieder irgendwo mitfahren ganz gemütlich nein nur weil du nicht fahren kannst da vorne links ich fahr perfekt ja ja genau ja wo geht's hier lang oh gott hier sind wohl wie Gegner was ja lauf einfach in die Arena die ganzen Skeks sind hier oh man ich veralterte die Wege hier verpiss dich ich muss die immer überfahren können die waren nicht da wo ich hier lang gefahren bin die sind am Auto geklebt wie ich ausgestiegen bin toll die kommen doch grad von allen Seiten ja beim Auto waren grad fünf Stück wie ich ausgestiegen bin yo toll den sind wir festen einfach weißt du ich habe die Wiesen die Wiesen hier voll hart und dann war er und dann so weißt du ich habe ihn noch nicht mal überfahren ich habe ihn nur touchiert ja er war schon was tot ja ich habe ihn trotzdem nur touchiert zack tot zack tot einfach zack boom einfach schaaaaak und tot was 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 ich weiß auch nicht ich bin ganz verwirrt ich kann das nicht ich kann das nicht ok ich kann das ich kann das nicht die battle rifle die battle rifle ja man wow ein episches schild ja aber das ist für scheiße jetzt so eine kleine feuerwalze wenn aufgebraucht was steht da die feuerwalze ja oh man die feuerwalze so 17 Dollar was 17 Millionen nein 100 Dollar es geht los ja diesmal kommen sie schneller als das letzte mal und äh bestimmt ist ein härter hier gleich am anfang oh ich glaube dass wir dieses mal vom level her hier richtig sind ich glaube auch alter holi shit oh fucking spucker die bespucken mich alle ich glaube die wollen was von mir alter der neue launcher ich sehe hier nur blau-weißes gedöns hier ja ich sehe es ich habe mir so einen komischen shock launcher gekauft es hat oh gott ey es hat gerade so ausgeschaut wie bei wie beim alten movie maker weißt du du nur wie du Musik abgespielt hast und du diesen komischen ding da angemacht hast äh diesen lsd hintergrund oh gott helfe er spielt die musik im movie maker ab ja damals weißt du nicht mehr nein ja damals hatte jeder movie maker nicht movie maker media player natürlich ja natürlich media player ok ja tut mir leid ich war ein bisschen gedamaged im kopf ah ich weiß ja ich weiß so sah das auf jeden fall aus für dich ja wenn da diese komische wenn das komische gespaßte da rumgelaufen ist dann schon das weiß ich auch was du meinst ja ja damals movie maker und ich glaube ja kann man theoretisch ja ja super theoretisch aber wie der kaputt ist den movie maker erstellen oh gott kevin hat es erwischt kevin hat es erwischt schleiße er hat noch fast vor der leben voll hart und dann kommt das Viechen dann tot ahm halt sie weg ich schieße fest ah fuck ich meinte dann ist das alles weg halt alter ich komme erst gleich ich kontrolliere sie nicht ich springe auf irgendwo hin wo sie wollen hey aua ihr sterbt gleich wieder bullshit ihr sterbt gleich ihr sterbt gleich die kommen immer noch zu mir alter verpiss dich doch oh komm her mach ich einen auf tank hier oh gott oh gott oh gott ich bin ein schlechter tank verwerbs wer kann man denn jetzt geld ein während wir hier kämpfen ich weiß es nicht keine ahnung tja dennis da warst du es wohl du ja genau ey ich nehme hier auf ja ich bin der einzige ja genau das ist ja das problem bei dir kann man es auch noch beweisen dass es du warst ja genau siehst du bei mir sieht man dass es ich nicht war ja 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 genau und vielleicht wenn wir diese aufnahme analysieren sehen wir sogar wer das gemacht hat ja ja genau auch bei geschossen ey wir haben es überlebt die letzte runde weil wir nicht so hart ne jetzt ist es irgendwie ein richtig level dafür ja eben das ja das hatten wir ja echt uns nichts entgegen zu setzen ne muss man also sagen ja das war ja sagt 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 komm der neue launcher ist auch hart abgegangen alter der ist abgegangen wie moviemaker ne hast du das schon abgegeben was nein die haben wir doch die musst du hier abgeben ach so natürlich gib sie ab sofort äh boah geil ne Pistole ne blaue plus 9612 Geld plus 4800 Erfahrung geil neue Mission ist echt ne ne schütteln und kopfweg da steht sprechen aber ne dann hat wohl keine mehr er hat kein Sprüchmürf Lager ne das ist er stumm geworden er ist leer das ist okay so was hab ich gekriegt schon auch die blaue Pistole oder ich hab ne grüne Pistole gekriegt ich hab ne blaue 7G gekriegt was hat die drauf was kann die 87 496 3 0 was 87 moment das muss ich kurz Prozent wenn ich hier sondern hier ne warte doch i da vertippt ich halt wo durch ein Fazit sich kann ich also nicht mein Inventar schauen so und was für 80 Sachste die gebe ich dir sowieso nicht mich selber nehmen gut bitteschön wo wo müssen wir die die Quests abgeben alt es gibt Gas oh Gott also oben im Lager müssen wir auf jeden Fall ein paar abgeben ok achso mit Claptip ist äh Moment ich muss kurz auf die Karte schauen da hinten müssen wir Claptip achso das ist das ist ja Firestone verlassen ok ja also erstmal ne Firestone sagste ja ich fahr grad hin achso ja doch natürlich Ultra Speed Boost oh Gott oh Gott es geht schon oh 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 Gott Fail was war eingeparkt ey ich hab nur Fail Aaaaaah ich hab nur Fail unsere Autos machen Liebe miteinander